und heute spielen wir tatsächlich jump league und ihr fragt euch bestimmt was hat diese mit jump league zu tun eigentlich recht gar nichts weil ein bekannter von mir und ich haben gestern noch so drüber geredet weil er gerade eine andere youtube geschaut hat ich sag nur kronk und hat also gesagt ja eigentlich gar nicht der clickbait mache deswegen habe ich jetzt mal versucht gta 6 konfirmen obwohl es noch nicht ist meines wissens nach einfach so macht fast vorhanden tatsächlich so weil man gucken ob sich die theorie von den herren bestätigt werden wir noch sehen dann ich sage extra keine namen weil ich nicht weiß aber das möchte und ja eigentlich so richtig zu reden habe ich jetzt auch nichts außerdem das gta mit aus spaß gerade ja also nimmt es nicht ernst sein gta 6 ist noch nicht konfirmet einfach nur so als titel habe ich das jetzt so genommen just for fun da werden bestimmt viele hater da ankommt die mich dann hassen versuche es mal wert so just for fun einmal clickbait bei hey youtube da geht es hauptsächlich um clickbait finde ich jetzt so also bis jetzt sind wir auch tatsächlich noch sehr gut dabei ja mein stuff okay bis jetzt müssen wir mal schauen so leider jetzt geht es auch los mit dem pvp mal gucken ob ich hier noch was kann weil wir haben das schon mal ja gerade gewonnen tatsächlich einfach geil und der körper ist wirklich absterben ja entschuldigung die abgestoppt habe so einmal hier rein hauen ja gut wo seid ihr denn alle nicht immer so verstecken gut leute das war schon wir haben einfach alle module geschafft wir haben das ziel erreicht haben den win geholt oder wie sagen gta 6 ist noch nicht konfirmen da sagen haute rei leute bis sechs mal und ciao